Böses Vertreiben Ja, Monster schrumpft noch nix, ich hab' wie gemeint hab' Und die Schrumpfen hauen die hier Ja, die sind natürlich wieder klasse Ich hab' keine Ahnung wie ich den besiegen soll Es fügt irgendwie überhaupt kein Schaden alles zu Es haut irgendwie alles nicht hin Und jetzt hätt' ich gemeint schrumpfen Ja, das haut natürlich auch nicht hin Schaut denn aus mit Böses Vertreiben Gespeichert haben wir ja, wir können ein bissel umeinander probieren Ja, schaut auch nicht so aus Was sagt er denn zum Feuersturm? Zu wenig Männer Gut, Männer haben wir ja voll genug Ja, mag er jetzt auch nicht so Ja Ja, mit dem Pfeil glaube ich wird's Eine ganz lange Geschichte Tja, das ist natürlich die Frage Wie können wir den besiegen? Ich hab' null Ahnung Wie wir das ausstellen Ich hab' ihn zwar schon mal besiegt, aber wir Todeswelle Todeswelle Was sagt denn die Todeswelle? Vielleicht gefällt ihm die Also wenn er mir die Todeswelle anschluckt, dann ist schon sehr heftig Tja, ich glaube wir laden das mal rein Okay Achso, der ist schon tot Tja, natürlich Gute Frage, wie müssen wir den irgendwie kaputt kriegen? Jetzt muss ich noch mal da unten speichern Vor den Toren ist mir das doch nicht so Wohl, pass auf Ja Da sollten wir mal lieber durchs Auge in das anlegen Ha? Normalerweise muss das aber was bringen Hoffe ich zumindest Sonst hätten wir sie auch nicht dabei Wahrscheinlich So, was haben wir denn neu sehen? Schrumpfen Also das wird eigentlich so meine Möglichkeit gewinnen Aber scheinbar heftig Irgendwie nicht Probier's jetzt nochmal mit schrumpfen Ablenken lassen Alles geht nicht Ich kann dem keinen Schaden zufügen Unmöglich Jetzt habe ich den Fischen getroffen Und ich kann auch nicht aufwischen Weil er ihm abhaut Ja ist das ein Bug oder Was ist denn da los? Das gibt es ja gar nicht Normalerweise war der Also beim ersten Mal wie ein Besiegter War der ja durchaus besiegbar Jetzt ist er irgendwie unbesiegbar Ja Tja ist natürlich eine gute Frage Ich werde jetzt einmal das Spiel neu starten Speichert haben wir ja Speichert haben wir ja Also bis gleich So, da sind wir auch schon wieder Wie gesagt habe ich das Spiel neu gestartet Vielleicht liegt es irgendwie Ist es ein Bug oder so, keine Ahnung Auf jeden Fall kriegen wir den nicht kaputt davon Wir machen nämlich überhaupt keinen Schaden bei dem Weder mit dem Auge Innos Oder mit dem Innos zusammen Besser gesagt Oder mit dem Ding Mit der blauen Bele ja Moment einmal Ich wollte die wieder anlegen Moment andersrum So Mal speichern Tja Magie 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 haben wir ja genug Aber es Es macht ja keinen Schaden Jetzt probieren wir mal die Eiswelle aus Mal schauen was die sagt Ähm ja Nicht so besonders Was ist denn mit der Windfaust Halt Halt da habe ich die Hörter Es sucht doch nicht Also es gibt keinen Schaden bei dem Was hat denn das für Probleme Ja und so abgreifen können wir nicht Wenn wir nicht zuhauen können Aber das Problem können wir ja Aber das Problem können wir ja Ja und schon sind wir erledigt Ja und wenn jemand von euch Gott gespielt hat Hat denn der auch solche Probleme gehabt Jetzt sind wir beim letzten Gegner und schaffen den nicht Weil der keinen Schaden nimmt Gibt es denn sowas Tja ich bin jetzt echt überfragt Wie will man denn irgendwie besiegen sollen? Tja ich bin jetzt echt überfragt Wie will man denn irgendwie besiegen sollen? Ich glaube ich begeistert ist er davon nicht Aber es macht keinen Schaden Das ist das Problem Und zwar gar nichts Ich möchte ihn ja immer Von denen kommt auch ständig runter her Ich verstehe aber auch nicht Das ist das Schrumpfding funktioniert Tja Fakt ist wir schaffen denn nicht Weil er keinen Schaden nimmt Ich weiß nicht ob es ein Bug ist oder 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 sonst irgendwas Wundert das mich nicht Weil Gothic 2 ja durchaus verpackt ist Ja ich kann ja nicht zum Cheaten anfangen Das geht ja nicht Das ist ja auch nicht das wahre Wenn ich da jetzt mit Schieds anfange Wir wollten den ja regulär besiegen Das ist ja auch nicht das wahre Wenn ich da jetzt mit Schieds anfange Wir wollten den ja regulär besiegen Okay Ja Man nimmt null Schaden Ja, es funktioniert gar nicht. Tja, was du jetzt, ich kann jetzt, jetzt sind wir am Ende, aber besiegen den nicht. Und es nutzt kein Zauber, nix, gar nix. Es zieht ihm null Energie ab. Angst, ja, das werde ich dann nicht verbringen. Das interessiert nicht wirklich. Tja, also wie wir sehen, schaffen wir nicht. Und zwar gar nicht.